So und dann gehen wir jetzt zu einer Reitstation und reisen damit, weil dadurch verbrauchen wir auch nicht mal Essen. Fällt mir gerade mal so auf. Also das Essen hätte man nicht kaufen sollen, aber es ist immer trotzdem praktisch, was dabei zu haben. Da hinten. Drei Tage des Wake-Up ist doch albern. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Drei Tage des Freehaven. Vier Tage, schon besser. Könnte schon reichen, oder? Ne, 19. 23. 27. Die fragen sich auch, was wir hier machen. Fünf Tage. Oh. Ja, die sind alle wieder da. Hey, hey, hey. Bin es denn totes doof? Dass hier keinen Schaden von einem Armageddon nimmt, finde ich auch doof. Kommt noch mal am anderen Tag wieder. Ja, du, bring uns mal weg hier. Und zwar Blackshire. Wir haben so wirklich jetzt Januar. Genau, Januar 4. Sehr gut. Du, entfluch dich bitte selber. Und dann weg bitte Talana auf. Das war ganz schön peinlich, Talana. Du bist doch schon ein halbes Überwesen mit deinem Armageddon und Finger des Todes und wiederbeleben und was weiß ich. Und dann wirst du von einem ganz popeligen Geist einfach so weggeschnipst. Du, geteiltes Leben. Bitte, 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 Nikolai. Sei hier. Nein. Okay, du. Sonfte Verdammten. Nein. Fehlt jetzt nur noch Dingensbummens Schmuggelbucht. Dazu gehen wir nach Freehaven und dann nach Osten. Richtig? Richtig. Du. Flieg. Nicht so weit nach Osten. Eher Südosten, genau. An der Bucht halt lang, wo Helenami auch kommt. So. Schmuggelbucht. Alle sind müde, aber wir kein Essen mehr haben. So. Wenn wirklich das von Jahreszeiten abhängt, muss er jetzt hier sein. Wenn nicht, dann dann schlafen wir jetzt noch einen Monat und gehen noch mal alle durch. Dann schlafen wir noch einen Monat und gehen noch mal alle durch. Solange dieser doofe Prinz irgendwo wieder auftaucht. Hier ist niemand. Der Zeug ist weitergezogen. Nein. Bist du nicht vielleicht irgendwo im Zelt? Haben sie dich vielleicht zugeschnürt und hier gelassen? Nee. Okay. Hilft nix. Stadtportal. Blackshire. Ich hätte gerne was zu essen. So. Jetzt gehe ich nach Drachensand und was weiß ich, dass es noch alles gibt. Und gucke, ob da nicht noch irgendwo ein verdammter Zirkus ist. Kann ja nicht angehen. So. Also Paradies Tal. Karte. Karte. Da ist die Stadt. Hier ist nirgends wo ein Zirkus. Okay. Du. Fliegen. Wir gehen von Paradies Tal aus nach Norden. Da müsste Sweetwater sein. Genau. Sweetwater gibt es keinen Zirkus. Würde mich auch ein wenig irritieren. Denn das wurde hier alles zerstört von den Teufeln. Paradies Tal aus nach Westen. Und blicken wir eben an den Titanen, auch wenn er gute Erfahrungspunkte gibt. Weil ich keine Lust habe jetzt noch zu Waffen. Wir sind in Eile. Und wenn wir irgendwo einen Trupp Pythras finden würden, also mehr als das da. So ein richtiger Knubbel. Dann würde ich vielleicht kurz anhalten und zaubern, aber so nicht. Also Paradies Tal. Nein. Paradies Tal Norden. Sweetwater. Nein. Paradies Tal Westen gibt es nicht. Paradies Tal Süden müsste... Paradies Tal Süden ist dann Drachensand. Und von Drachensand weiter nach Süden ist die Einsiedlerinsel. Und das war es dann auch hier in der Ecke. Und Einsiedlerinsel war nur das Zelt von Abdul, der halt die ganzen Tauschgeschäfte macht mit den Zirkussachen. Aber das ist kein eigentlicher Zirkus. Was? Oh. Ist doch anders verbunden, als ich dachte. Da. Da. So. So. Weg mit euch. Weg. Du. Fliegen. Okay. Drei Eelte Tal noch. Haufen. Kaputt. Alles heil. Okay. Oh. Das sieht doch schick aus. Türo Regen. Sternfeuer. Und nicht du. Na gut, du. Du hast endlich Talan als Zaubern. Wird tot. Weck mit euch. Weck mit euch. Wir brauchen Erfahrungspunkte und Gold. Und müssen Sachen töten, weil wir die loben Prinzen finden. Und dann ist der auch gleich tot. Gold, 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 gold. Ja, okay. Reicht langsam. Du entgifte dich bitte selbst. Und gucken auf die Karte. Also hier haben wir noch nicht alles aufgedeckt. Ist ja auch ein recht garstiges Gebiet. Hier gab es den Jungenbrunnen. Hier gab es richtig, richtig, richtig viele Drachen. Bei dem Ding da. Und hier müsste jetzt Drachensand sein im Osten. Ja, wir wollen aber noch nicht nach Drachensand. Wir wollen erst mal jetzt hier weiter umgucken. Denn war in Drachensand der Abdul. Mit den Zirkusartikeln. Ah, ja, ja. Ganz, ganz viel getan. Die Kiste hatten wir glaube ich schon geblendert. Nee, ich darf hin zu laufen. Aber die Kiste haben wir noch nicht geblendert. De, Telekineser. Da. Eine Schleife fliegen. Schleife fliegen, komm. Da. Kälteresistenz 21, das ist okay. Rüstungsklasse plus 20 ist auch okay. Zauberplunkte plus 25, das kriegst mal du. Kriegst mal du. Ja, das kriegst definitiv du. Das kannst du reparieren. Das kannst du identifizieren. Rüstungsklasse plus 20, was machst du deins? Stärke plus 14. Das kommt zum Stärkequip. Das identifizieren bitte. Ah, sehr schön. Das kann verzaubert werden. Rüstungsglatt plus 7 ist nicht so toll. Muss nicht wo sagen. Repariert mal eure Sachen. Genau. So, oh, okay. Das war jetzt nicht so gut, kurz anzuhalten. Ich wollte eigentlich noch die zweite Kiste öffnen, aber na gut. Ist eh nicht so ganz unser Gebiet hier. Jedenfalls nicht so wirklich entspannt. Aber Zirkus ist hier keiner. Was auch Sinn macht, weil es ist wirklich garstig. Titan, Titan, Titan. Seeschlangen. Ein Fels, ja. Okay, krass hier. Du. Bring uns nach. Oh, oh. Oh, oh. Ich knutzte Haarpunkte. Dzzz. Geschafft. 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 So. Bring uns nach. Freehaven. Und wir machen wieder das Reisespiel. Und hoffen dann, dass bei... Ja, haben wir schon Februar. Moment mal, wir haben den 1. Februar. Äh, wir brauchen Zauberpunkte. Ich will jetzt nicht schlafen, um die Zauberpunkte zu bekommen. Denn es ist bestimmt dieser eine Tag, der uns später das Verhängnis wird. Also, im Januar sind wir alle drei uns bekannten Zirkus abgeklappert. So. Jetzt springen wir zum Sumpf der Verdammten. Zirkus ist nicht da. Wir müssen unbedingt alle drei Zirkus mit Sprungpunkten markieren. Egal, ob wir da etwas anderes unterschreiben oder nicht. Wir haben... Kriegsbeier nicht, Freehaven nicht. Book. Iron Fist ist nicht wirklich das, was wir wollen. Nee. Nee. Wir müssen jetzt wieder... ... ... ... ... ... ... ... ... ... hätten beim Sumpf der Verdammten das gemacht. Achso, da waren wir ja auch gerade. Das heißt, jetzt ist Schmugglerwucht dran. Es kann auch gut sein, dass die immer nur für eine Woche oder so da sind. Das wäre richtig garstig. Schmugglerwucht. Du fliegst uns bitte hin. Das ist jetzt nicht der Zirkus. Sieht nur so aus. Wir könnten alternativ auch jetzt die drei Sprungpunkte machen und dann wieder anfangen, Drachen und Zitanen zu jagen und einfach nur zwischendurch mal wieder hier hin springen und gucken. Ja, niemand hier. Okay. Sprungpunkt setzen. Oberste Tempel von Bar brauchen wir wohl nicht mehr. Überschreiben wir den da. Läuftfeuer setzen. Richtig. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch der in Blackshire und der braucht ja keinen wirklichen Sprungpunkt, weil wir können ja einfach nach Blackshire ja jedes Mal porten. Da. Drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen. Ja, genau da. Bitte, 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 ohne direkt mit Lord Wilbur Humphrey oder wie er heißt, vorgesprochen zu haben. Es war ja nur eine Annahme von mir, dass wir das müssten. Der Rat war hier, ne? Glaub nicht, dass ihr gewonnen habt. Bald wird die eiserne Faust die Herrschaft verlieren und ich werde euer König sein und ihr könnt sicher sein, euch werde ich nicht vergessen. Mwahaha. Betrete Orakel von Enros. Sehr schön.